Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Heute sprechen wir über Fußball. Also zumindest indirekt, denn wir sprechen darüber, ob die Euro 2024 ein steuerliches Sommermärchen für Unternehmen ist. Und dazu sind wir heute mit voller Mannschaft zu fünft unterwegs. Mit mir zusammen moderieren im Herner Studium meine Kollegin Franziska Boyon und mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Marco. Mein Name ist Marco Hübner. Ja und insgesamt sind wir, wie gerade schon gesagt, zu fünft, denn wir haben noch zwei Gäste im Studio. Und da teilen Franzi und ich uns heute auch ein Mikro. Ja, wir haben uns gerade schon so ein bisschen weggecheckt hier, das ist so ein bisschen wie am Tisch, denn das Rundlauf. Ja, aber bevor Frank euch gleich unsere Gäste etwas genauer vorstellt, starten wir wie immer natürlich bei dir, Franzi. Worum geht es denn heute eigentlich genau in der Folge? Genau, ja, danke. Heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen von Großveranstaltungen wie zum Beispiel der Europameisterschaft. Europameisterschaft und zwar aus steuerlicher Sicht. Denn solche Großveranstaltungen bieten sich ja beispielsweise dazu an, Mitarbeitern oder auch Geschäftspartnern etwas Gutes zu tun, sei es jetzt in Form vom gemeinsamen Public Viewing oder auch Freikarten. Wir sprechen über die steuerlichen Hintergründe und Fallstricke, die bei solchen Großveranstaltungen lauern könnten und geben praktische Tipps, wie man sich da am besten vorbereitet. Zum Beispiel, welche Bereiche frühzeitig mit eingebunden werden sollten. Unsere heutigen Gäste sind Matthias Trinkhaus und Sandra Güillot. Matthias berät mittelständische Familienunternehmen und deren Gesellschafter und national und international agierende Konzerne. Neben der laufenden steuerlichen Beratung sind seine Tätigkeitsschwerpunkte die projektbezogene Strukturierungs- und Gestaltungsberatung. Außerdem ist einer seiner Branchenschwerpunkte der Profisport. Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Hallo, schönen guten Morgen. Freue mich, da zu sein. Sandra ist Syndikusrechtsanwältin und Senior Managerin bei der Grand Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am Standort München. Sandra verfügt seit 2013 über umfangreiche Erfahrungen in der lohnsteuerlichen Beratung von mittelständischen Unternehmen und internationalen Konzernen. Ihre Expertise hat sie insbesondere im Bereich der steuerlichen Behandlung von Incentives im Rahmen ihrer mehrjährigen Tätigkeit in der Steuerabteilung eines internationalen Konzerns vertieft. Und nun ist sie hier bei uns. Hallo Sandra. Bonjour und Servus miteinander. Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Ich würde mal mit einer Frage anfangen, die sich, finde ich, aufdringt bei dem Thema. Und zwar, seid ihr denn fußballbegeistert? Bei dir würde ich es mal unterstellen, Sandra. Ich wollte gerade sagen, ich bin hier schon, das könnt ihr nicht sehen, aber ich bin hier schon im Frankreich-Trikot unterwegs. Also ja, ich bin absolut fußballbegeistert. Und wie sieht es bei dir aus, Matthias? Bist du auch fußballbegeistert? Fußballbegeisterung ist absolut vorhanden. Zwar trage ich jetzt gerade kein Fußball-Trikot, aber ich bin großer Fußball-Fan seit Kindestagen an. Und es gab für mich immer nur ein Thema, Fußball. Und von daher bin ich ganz besonders glücklich, diese Leidenschaft auch beruflich umsetzen zu können und als steuerlicher Berater im Bereich des Profisports und der Fußball-Bundesliga unterwegs sein zu dürfen. Also ich persönlich, ja, ich hatte ja noch nie das Glück, irgendwie an Freikarten zu kommen, vom Arbeitgeber oder wie auch immer. Irgendwie wäre es ja cool, wenn das jeder Arbeitgeber anbieten würde. Oder warum nicht? Warum ist das nicht so? Also zum einen ist es für das Unternehmen ja auch ziemlich teuer, diese Karten. Das ist ja meistens auch im Rahmen eines Sponsorings. Also das ist natürlich sehr viel Aufwand. Zum anderen sind es nicht nur die Kosten für die Tickets selber, sondern im Zweifel muss der Arbeitgeber ja auch berücksichtigen, dass, wenn er jemanden einlädt, auch Steuern dafür anfallen. Und das macht das Ganze natürlich auch in der Administration etwas komplizierter. Ihr sprecht ja gern vom steuerlichen Sommermärchen. Was genau meint ihr denn damit? Ja, ich denke, das Sommermärchen, die Begrifflichkeit dürfte allen bekannt sein. Gerade im Vorgriff auf die Europameisterschaft wird es ja immer wieder genutzt. Viele Berichterstattungen und Reportagen bereits darüber. Wir freuen uns darauf, wieder ein Sommermärchen zu haben, wie wir es bereits hatten im Jahr 2006. Ich denke, wir können uns alle noch daran erinnern. Ich erinnere mich auf jeden Fall sehr gut. Ja, ja, ja. Vier Wochen gutes Wetter in Deutschland. Vier Wochen gut gelaunte Menschen, auch in Deutschland. Dass das wie ein Märchen klang, ist klar. Und steuerlich natürlich, weil wir zusehen sollten, wenn wir als Unternehmen Geschäftspartner und Mitarbeiter einladen in die Fußballstadien, dass wir da auch die steuerlichen Rahmenbedingungen einhalten. Und am Ende ein Happy Hender haben, quasi ein steuerliches Sommermärchen. Zusätzlich ist es ja auch so, dass 2006, damals ja auch der 37b, also die Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen im Zusammenhang, eben mit der WM eingeführt wurde. Deswegen war die Analogie einfach passend an der Stelle. Ja, ganz genau, Sandra. 2006 hatte sich die Finanzverwaltung erstmalig, wirklich umfassend mit dem Thema auseinandergesetzt. VIP-Longen, Einladung in VIP-Longen. Was hat das zu bedeuten für den Schenkenden, für den Beschenkten? Und da hat das Bundesfinanzministerium ein umfassendes Schreiben ausgegeben. Und das gilt sozusagen als Bibel, als VIP-Longenerlass. Und gibt uns das richtige Rüstzeug, die steuerlichen Voraussetzungen einzuhalten. Ist das eigentlich ein deutsches Thema, dass wir uns so genau mit diesen Themen beschäftigen, wie wir Incentives irgendwie verrechnen? Oder ist das in Frankreich, jetzt schauen wir zu dir rüber, Sandra, ähnlich? Ich denke nicht. Also ich kenne mich jetzt in der französischen Steuer nicht so gut aus. Aber so, dass wir da ganz besonders hinschauen und auch die Finanzverwaltung sehr engmaschig Sachen regelt, ist doch eher typisch deutsch. Sag mal, was ist denn das? Frank ist gerade schon ein bisschen in die Richtung gegangen. Was ist das Besondere an so einer sportlichen Großveranstaltung, wie jetzt eben der erwähnten Europameisterschaft? Also natürlich ganz klar die Sichtbarkeit. Das ist eine mega Gelegenheit, auch für Unternehmen sich zu präsentieren, sich zu zeigen. Auch eben geschätzte Geschäftspartner oder auch gute Mitarbeiter einzuladen, denen was Gutes zu tun. Und dabei einfach das Marketing komplett zu nutzen. Deswegen ist es da eben dieses Thema Sichtbarkeit bei Sportveranstaltungen und vor allen Dingen bei Großveranstaltungen so enorm. Welche Großveranstaltungen zählen denn noch dazu? Oder gibt es vielleicht Unterschiede zwischen der EM und zum Beispiel anderen Großveranstaltungen wie im Konzert? Jetzt Düsseldorf, tote Hosen. Ja, ich habe ja gerade schon mal diesen Wiblonchenerlass genannt. Dieser Wiblonchenerlass wurde mal veröffentlicht im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Allerdings ist dieser Wiblonchenerlass seitdem unser Rüstzeug für Großveranstaltungen. Das gilt für alle sportlichen Großveranstaltungen und sogar auch für ähnliche Veranstaltungen, auch solche Konzerte, wie du sie gerade meinst. Ja, das macht keinen Unterschied. Welche Aktivitäten eines Unternehmens, zum Beispiel jetzt auch im Rahmen der laufenden Euro, sind denn da jetzt überhaupt steuerlich relevant? Also das sind ganz unterschiedliche. Letztendlich gibt es natürlich das Erste, was einem so in den Sinn kommt, die Möglichkeit ins Stadion zu gehen. Sei es jetzt über eine VIP-Loge, sei es über irgendwelche Business Seats. Hospitality ist insbesondere bei der Europameisterschaft jetzt ganz begehrt und wird auch von der UEFA selbst angeboten. Aber dann gibt es auch normale Sitzplätze, die gibt es natürlich auch. Und ganz fernab vom Stadion haben wir ja auch die Möglichkeit, irgendwelche Partys zu organisieren im Unternehmen, für die eigenen Mitarbeiter, für die Geschäftspartner oder auch die Leute zu einem externen Public Viewing, was auch teilweise kostenpflichtig ist. Wir haben das in München, auch in einem Biergarten, dass du, wenn du zum Public Viewing kommen möchtest, auch dafür zahlen musst. Und wenn du da dann deine Leute einlädst oder Geschäftspartner einlädst, ist auch das ein Punkt, der steuerlich relevant ist. Und nicht zuletzt auch irgendwelche Geschenke. Also es kann ja natürlich auch immer ein paar Goodies geben im Zusammenhang mit so einer Fußball-Europameisterschaft. Die wären natürlich auch steuerlich relevant. Franzi, das ist aber typisch München, oder? Ein paar Reviewing gegen Bild. Ja, Biergarten war ich auch schon diese EM-Jahre. Da sind wir bekannt für. Ja, ja, wir nutzen sowas ganz gerne. Der Hotspot. Muss man schauen, dass man Platz kriegt. Ja, cool. Ja, das mit dem, was du sagst mit den Geschenken, das ist ja auch was, was man eher so kennt. Das mit den Großveranstaltungen. Ja, das ist auch echt spannend. Das ist mir jetzt so neu gewesen, dass das ja sich so auswirkt. Aber was können denn jetzt auch so besondere Herausforderungen vielleicht für Unternehmen sein? Ja, die besonderen Herausforderungen sind natürlich, ist das Zusammenspiel der unterschiedlichen Abteilungen. So eine Einladung zu einer Großveranstaltung würde man meinen, das denkt sich vielleicht die Marketingabteilung aus. Die Einladungen gehen raus. Aber wie ist dann die Folgewirkung im Unternehmen? Wir haben ein Zusammenspiel von Marketingabteilungen, Compliance, Finance, Tax, HR. All diese einzelnen Abteilungen haben im Rahmen der steuerlichen Abbildung tatsächlich einen Aufgabenbereich. Und da gilt es natürlich, die Kommunikation zu fördern, sicherzustellen, Dokumentationen sicherzustellen und letztendlich ein Zusammenspiel im gesamten Unternehmen zu haben. Und warum ist es vielleicht auch so wichtig, dass die Abteilungen früh mit eingebunden werden? Also da stelle ich mir auch vor, kann es ja vielleicht manchmal auch zu Problemen kommen, wenn man da auch mal was übersieht oder vergisst. Also das ist wahrscheinlich schon so, dass man schaut, dass man möglichst früh an alle relevanten Abteilungen sich dann eben wendet, wenn man sowas plant. Das ist richtig, weil gerade so eine Großveranstaltung, nehmen wir mal ein Public Viewing, bei den Mitarbeiter und Geschäftspartner eingeladen sind, da gehen Einladungen raus. Und letztendlich müssen wir natürlich sicherstellen, dass die Pauschalsteuern gezahlt werden, dass gegebenenfalls Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen sind. Und da haben wir auch immer Fristen einzuhalten. Wir haben es in Deutschland, Thema Gründlichkeit. Wir müssen fristgerecht die Steuern anmelden und fristgerecht natürlich auch bezahlen. Wenn die einzelnen Abteilungen erst im Nachgang davon erfahren, haben wir hier das Problem der verzögerten Anmeldung oder Zahlung, sodass das im Vorfeld sichergestellt sein wird. Und das könnte dann im Zweifel auch zu Strafen führen, sag ich mal, wenn man sich da nicht an die Fristen hält. Das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen, welche Fristen einzuhalten sind, hast du jetzt gesagt. Wenn man das nicht macht, dann? Dann müssen wir nicht unmittelbar mit Strafen oder Ordnungsgeldern rechnen. Die Lohnsteuern, die nicht fristgerecht angemeldet und gezahlt wurden, haben wir unterjährig noch nicht das größte Problem. Das können wir auch noch im Folgejahr nachholen. Allerdings die Umsatzsteuer gilt es immer monatlich anzumelden und abzuführen. Und wenn wir das nicht in dem tatsächlichen richtigen Monat machen, haben wir eine Nachmeldung an das Finanzamt abzugeben. Und das ist immer so ein bisschen unangenehm, weil man das ja auch noch begründen muss und es auch nicht zu oft vorkommen sollte, dass man dem Finanzamt mitteilt, dass man etwas vergessen hat oder zu spät gezahlt hat. Und auch ein anderes Thema, ich grätsche mal ganz kurz rein. Wir haben ja auch ganz konkret das Thema, dass viele Mitarbeiter von Unternehmen, die wir jetzt zum Beispiel als Unternehmen einladen würden, ja auch gar nichts annehmen dürfen. Das heißt, sie müssen ja auch erstmal sicherstellen, Compliance-seitig, dass sie überhaupt kommen dürfen, dass sie das annehmen dürfen. Und auch da, wenn ich als Unternehmen etwas verschenke, habe ich die Pflicht, wenn ich diese Pauschalierung anwende, denjenigen, dem ich das zuwenden möchte, auch darauf hinzuweisen. Das heißt, ich sage ihm, ich übernehme für dich die Steuer und erst dann weiß auch der Eingeladene, ah ja, okay, ich brauche mich um nichts kümmern. Und das ist für die Compliance auch oftmals ein Punkt dann zu sagen, okay, du darfst es annehmen, du darfst da auch hingehen tatsächlich. Stimmt, die andere Seite. Klar, das ist natürlich auch noch wichtig zu betrachten. Eine letzte Frage habe ich noch und zwar, ob das einen Unterschied macht, ob man jetzt was für Kunden oder für Mitarbeiter anbietet oder ob das keinen Unterschied macht. Es macht teilweise einen Unterschied. Also in beiden Fällen kann es zu einer Lohnsteuerverpflichtung kommen. Also ich kann auch für einen Fremden, der bei mir nicht angestellt ist, die Steuer übernehmen, die bei ihm letztendlich als Einkünfte letztendlich entstehen würde. Aber es macht auch für die Sozialversicherung einen Unterschied, weil ich natürlich nur für meine Mitarbeiter eine Sozialversicherungsverpflichtung habe und für Externe in der Regel nicht. Also es macht dann schon am Ende bei den Zahlen einen Unterschied. Komme ich vielleicht auch nochmal von der Ertragssteuerflanke. Auch da müssen wir eine Unterscheidung vornehmen zwischen Mitarbeitern und Geschäftspartnern, weil wir einfach eine unterschiedliche Beurteilung haben, was den Betriebsausgabenabzug anbelangt. Während wir eine Zuwendung haben an einen Mitarbeiter, die grundsätzlich immer unbeschränkt in voller Höhe abzugsfähig ist, haben wir steuerliche Besonderheiten bei Zuwendung an Geschäftspartnern, die dann gegebenenfalls einem eingeschränkten Betriebsausgabenabzug unterliegen. Umsatzsteuer spielt ja auch noch mit rein. Die dürfen wir auch nicht vergessen, ganz genau, Sandra. Ja, ihr beratet ja Unternehmen in diesem Bereich und nun bin ich ein Unternehmen und möchte gerne meine Kunden zu einem Public Viewing oder zu einem Event einladen. Wie gehe ich denn vor? Der Mandant kommt zu euch und wie geht es dann weiter? Also erstmal geht es hauptsächlich darum, den konkreten Sachverhalt genau abzustecken. Also was hat das Unternehmen vor? Wen möchte es einladen? In welchem Rahmen? Weil es am Ende auch dann für die Würdigung einen Unterschied macht. Habe ich jetzt hauptsächlich Geschäftspartner und damit Externe oder habe ich eigentlich hauptsächlich Mitarbeiter und lade vereinzelt noch Externe mit ein? Und insofern muss ich erstmal abstecken, was habe ich eigentlich für einen Fall? Habe ich eine klassische Veranstaltung, die eher dann in Richtung entweder Kundenveranstaltung oder wenn wirklich nur Spaß dabei ist, Incentive geht? Oder bin ich vielleicht im Rahmen der Betriebsveranstaltung, weil ich eben überwiegend Mitarbeiter eingeladen habe? Das können auch Konzernmitarbeiter sein. Also es müssen nicht nur, wenn ich jetzt ein großes Unternehmen bin, nicht nur meine eigenen sein, aber eben überwiegend Mitarbeiter. Ist denn da Ticket gleich Ticket? Also ich stelle mir jetzt vor, es gibt ja einzelne Veranstaltungen, es gibt aber natürlich auch Saisontickets und diese Dinge. Wenn ich an Bundesliga und ähnliche Dinge denke, gibt es da Unterschiede? Da gibt es definitiv Unterschiede. Gerade wenn wir an das Thema Bundesliga denken, haben wir meistens VIP-Longen-Pakete, die über die gesamte Saison laufen. Die werden im Rahmen von Sponsoring-Verträgen ausgegeben. Da haben wir die Besonderheiten, dass diese Ausgaben für diese VIP-Longen zu unterteilen sind in einen Werbeanteil, weil wir natürlich mit dieser VIP-Longen auch werben als Unternehmen, in einen Bewirtungsanteil. Wir werden verköstigt und natürlich der Fußballplatz, sodass hier drei unterschiedliche Komponenten sind. Es gibt allerdings auch nur klassische Business-Seeds, die nicht einladen in eine VIP-Longen. Das heißt, ich kann da nicht werben, sondern ich bekomme nur eine Bewirtung und einen Kartenanteil. Oder einfach nur eine normale Karte. Das heißt, ich habe keine Bewirtung, ich habe keine Werbung. Ihr merkt, es ist kompliziert oder es hört sich kompliziert an und so ist es auch. Deswegen muss man hier wirklich feindsäuberlich unterscheiden, um was für eine Einlandung handelt es sich. Welche Unterschiede sollte ich denn beachten, wenn ich als Unternehmer ein Public Viewing veranstalten möchte? Da gibt es ja vermutlich dann auch nochmal einen Unterschied zu Tickets jetzt in der Bundesliga zum Beispiel. Also bei einem Public Viewing, also ich nenne mal Public Viewing in Anführungsstrichen, weil es ist ja eben gerade nicht öffentlich, dass jeder auch zuschauen kann. Sondern wie vorhin auch schon erwähnt, muss ich halt eben gucken, bin ich im Rahmen einer Betriebsveranstaltung. Das heißt mit den entsprechenden steuerlichen Erleichterungen, die inzwischen ja auch sogar noch besser sind, weil der Bundesfinanzhof vor kurzem auch entschieden hat, wenn ich nicht alle eingeladen habe, auch dann liegt eine Betriebsveranstaltung vor, die mir ermöglicht, 25 Prozent als Steuersatz zu nehmen, der eben vergünstigt ist, im Gegensatz zu den 30 Prozent, die ich im Rahmen der Pauschalierung nach § 37b hätte. Und das ist eben das ganze Geheimnis daran, einfach erstmal für sich selbst genau konkret abzustimmen, wen möchte ich denn eigentlich überhaupt alles einladen, in welchem Rahmen möchte ich das machen. Wenn ich wirklich nur, ich stelle den Beamer, ich kaufe vielleicht ein paar Chipspackungen, lass es noch das Bier sein, dann ist es nichts großartig Relevantes. Wenn ich aber dann tatsächlich mehr habe und vielleicht auch Technik einsetze, oder wir hatten in unserem Webinar auch das Beispiel, dass wir einen DJ dafür einladen, dann entstehen natürlich Mehrkosten und damit ist entsprechend auch die steuerliche Bemessungsgrundlage höher, sodass es dann schon sinnvoll ist, wenn man in die Richtung Betriebsveranstaltung geht. Ein Sommermärchen will vorbereitet sein. Absolut. Das ist das Fazit so ein bisschen. Was würdet ihr weitergeben an Unternehmen als Message? Sucht euch eine gute Beratung, sprecht mit uns. Natürlich würde ich diese Empfehlung immer geben, mit uns zu sprechen. Es lohnt sich. Aber ja, ich sag mal so, es kommt immer darauf an, wie die Veranstaltung letztendlich geplant ist, wie Sandra auch schon sagte. Wenn die Veranstaltung ein größeres Ausmaß annimmt, was einmal den Umfang der Veranstaltung angeht und natürlich auch den Teilnehmerkreis, dass es sich immer lohnt, hier eine professionelle Meinung zu bilden, einzuholen, um dann auch tatsächlich die steuerlichen Vergünstigungen, die auf der Straße liegen, die Rechtsprechung ist in letzter Zeit wirklich zugunsten des Steuerpflichtigen ausgegangen, diese ganzen Rechtsprechungshilfen auch wirklich zu nutzen, um die Veranstaltung steuerlich so günstig wie möglich zu gestalten. Es müssen sämtliche Gruppen oder Bereiche innerhalb des Unternehmens eingebunden werden. Das heißt, wenn sich Marketing oder irgendjemand, sei es auch der Geschäftsführer selber, überlegt, etwas machen zu wollen, jemanden einladen zu wollen, dann nehmt euch eure Stakeholder, sprecht miteinander und dann kann es auch gut funktionieren, sodass es am Ende ein Steuermärchen, steuerliches Sommermärchen auch bleibt und es im Rahmen der Betriebsprüfung oder der Lohnsteueraußenprüfung kein böses Erwachen gibt. Und Spaß macht. Ja, das sowieso. Genau. Ja, vielen Dank. Okay, dann schaue ich jetzt nochmal in die Runde. Habt ihr noch was auf dem Zettel? Ansonsten wären wir quasi durch. Matthias, Sandra, vielen Dank. Danke euch. War ein sehr gutes Gespräch. Ja, wir danken euch. Und ja, wir bedanken uns auch bei euch da draußen natürlich fürs Zuhören und wir hoffen natürlich wie immer, es hat euch gefallen und ja, es gilt auch wie immer, wir freuen uns über Kommentare aller Art und natürlich auch über ein paar Sterne im Podcast-Player, Likes bei YouTube oder wo immer ihr uns auch hört. Oder schreibt uns einfach direkt an steuerbar.nbb.de. So, damit macht's gut, bleibt weiterhin gesund und schaut zusammen. Tschüss. Ciao. Servus. Tschüss. 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 Tschüss.